Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, schiebe ich einfach nochmal hinterher gerade. Und zwar seht ihr hier den neuen Uploadplan, den habe ich auch schon auf die Facebookseite hochgeladen, aber falls da Leute die Seite noch nicht geliked haben, ihr seid böse Menschen. Nein, also deswegen auch nochmal hier der Uploadplan. Wird ab nächste Woche, das heißt ab dem, oh warte, ich schaue in meinen Sexy Venus Kalender. Das heißt heute mit dem 30. ist es 3 Uhr in der Nacht irgendwie, heute am Freitag. Und ich denke immer, dass ich werde das Video heute irgendwie im Laufe des Tages rausbringen, mal gucken. Das heißt es geht am 2. am Montag geht es dann los mit dem neuen Uploadplan. Das heißt Montag kommt TechTown um 13 Uhr, Mittwoch kommt TechTown um 13 Uhr. Und TechTown wechselt sich jeweils mit dem Ether ab. Das heißt Montag kommt TechTown, Dienstag kommt Ether, Mittwoch kommt TechTown, Donnerstag kommt Ether, Freitag kommt TechTown. Samstag kommt ein Special und der Ether. Und so habe ich jeweils eigentlich immer zwei Videos pro Tag. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich glaube nicht, wenn ich mit der Maus drüber fahre, ist aber egal. Das heißt wir haben zum Beispiel am Dienstag den Ether und Siedler. Siedler wird dann wieder aktiver kommen, schätze ich mal vielleicht. Ändert sich das auch noch, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Also wenn sich das ändert, wird der ja auch abgedatet und dann erfahrt ihr das ja. Kommt auch nochmal dein Infovideo, falls ihr sich nochmal ändern sollte. So, also jeweils Montag kommen TechTown und Roach, Rogue Legacy. Dienstag kommt Ether 2 und Siedler 6. Mittwoch kommt TechTown alleine. Donnerstag kommt Ether und Siedler. Freitag kommt TechTown und Roach Legacy. Samstag kommt das Special. Ein Special, vielleicht mache ich dann immer mal ein Tutorial oder so. Kann sein, dass es nicht immer kommt, aber das wird man dann sehen. Dann kommt der Ether 2 auch am Samstag. Und am Sonntag gibt es jeweils eine Folge TechTown und eine Folge Ether. Termine, Schrägstrich, Zeitangaben stehen ja davor. Ihr könnt ja lesen, hoffe ich mal. Falls ihr es nicht könnt, dann... Ja, Pech gehabt. Das wollte ich nur noch kurz zum Besten geben. Wie gesagt, ihr könnt den Plan auch jederzeit auf der Facebook-Seite. Facebook.com slash 3iPay aufrufen. Ist direkt als Ziel, der wird eingegeben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt, glaube ich, irgendwann mal ins Bett gehen. Keine Ahnung. Mal schauen, was sich so ergibt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und Tschüss.